Was ist für mich eine Pflichtveranstaltung, wo es insbesondere um die Zukunftsthemen geht, Innovationen und auch um die gesamte Palette der Automobil-Wirtschaftungskette? Sehr wichtige Veranstaltung, bei der man Gelegenheit hat, nochmal mit wichtigen Playern im Markt alle relevanten aktuellen Themen zu besprechen. Das war eine sehr gute Veranstaltung. Was habe ich mir erhofft? Es geht insbesondere darum, seine eigenen Konzepte, Überlegungen nochmal zu verproben vor dem Hintergrund dessen, was auch die anderen Referenten an Konzepten und Strategien vorgestellt haben.